Liebe Freunde, ich freue mich, mich heute mal wieder an euch zu wenden. Ich möchte euch bitten, euch ein bisschen Zeit zu nehmen. Wir werden jetzt am 4. Juli, am Samstag, den 4. Juli um 10 Uhr, mal uns in den Norden bewegen. In der Nähe von Wolfsburg werden wir einen Workshop abhalten. Und dieser Workshop selbstverständlich, das ist ja nichts Neues, aber er wird immer notwendiger, er wird immer wichtiger. Gerade in dieser Zeit, wo die Schwingungen, diese Provis-Werte, die Messungen sehr, sehr hoch steigen. Diese gefühlte Energie im Außen, die bearbeitet unseren Körper selbstverständlich und unseren Geist, unsere Seele. Aber was doch am wichtigsten dabei ist, solange wir noch zu feststofflich sind, können wir diese Schwingungen schwer ertragen. Das heißt, die produzieren dann oder wir auch vom Körper her produzieren dann gegen Maßnahmen, gegen diese Schwingungen. Und das macht sich dann bemerkbar durch Krankheit, durch Kopfschmerzen, durch unerklärliche Gliederschmerzen und so weiter. Durch Atemnot, durch Atemattacken. Es gibt so vieles, was ich da aufzählen könnte. Es geht einfach darum, dass diese Workshops uns erlauben, zu lernen, wie man mit dieser Energie, die von außen ja so extrem reinkommt, umgehen kann. Und genauso geht es darum, dass schlechte, schädliche Wasser aus der Luft, im Wasser überall durch die Nahrung zu uns kommt. Das können wir auch bereinigen und das lernt man auch in so einem Workshop. Und in dem Moment, wenn man das lernt, wird alles viel, viel einfach. Man wird ruhiger, man wird glücklicher, man hat ganze Schmerzen mehr im Körper. Und redet mal mit welchen Leuten, die ihr kennt, die diese Workshops gemacht haben. Fragt nach. Nicht einmal blind glauben, sondern nachfragen. Und dann werdet ihr hören und erzählt bekommen, wie fantastisch das ist, solche Workshops zu besuchen und wie sich dann dein Leben allgemein danach verändert. Der Workshop, der dauert ca. 4. Das hängt von der Teilnehmerzahl ab bis 5 Stunden. Und den nächsten, wie gesagt, den halten wir in der Nähe von Wolfsburg ab. Und dann kann man den aber selbstverständlich auch über Skype machen, als Privatcoaching. Kostet nur ein paar Euro mehr. Aber dann ist man ganz für sich allein und in aller Ruhe und kann das auch so lernen. Ich selbstverständlich bevorzuge persönlich euch mit Ulrike das beibringen zu dürfen. Ich freue mich auf euch, wenn ihr zahlreich kommen würdet nach Wolfsburg oder wie gesagt in der Nähe von Wolfsburg. Und ihr reserviert euch die Zeit dazu und tut euch selbst mal was Gutes. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit.